Oh, ich hab sie! Ah, ah, Hilfe! Dominik! Okay. Dominik! Ja, falsche Richtung. Ja, hallo. Ich bin der Norbert von Zoozajag. Wir haben also hier in Duisburg das größte Zoofachgeschäft der Welt mit so vielen Tieren, wie eigentlich gar keiner zählen kann. Da fällt natürlich richtig, richtig viel Arbeit an und für den Zweck habe ich mir heute den Aaron gemietet. Norbert! Hi Aaron! Na, alles gut bei dir? Ja, bei mir sowieso. Ich hoffe bei dir auch. Natürlich, ich bin kein Arbeitstier, aber ich bin trotzdem hier und gib mir Mühe. Kein Arbeitstier, aber Arbeitsklamotten hast du schon an. Ja, aber die hast du mir gegeben. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ja, wir wollen dich ja nachher auch irgendwie sauber wieder nach Hause bringen und müssen wir mal gucken, wie tief du tauchen musst. Sollen wir einfach mal loslegen? Wir können loslegen. Sag mir, was ich machen soll, ich mach alles. Ja, ich würde sagen, wir fahren da hin. Ich hab ja hier ein Moped nicht gemacht. Wir fahren erstmal nach da hinten. Geil! Überfahrt keinen! Hey, hey, Aaron! Hey, 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 Aaron! Hey, Aaron! Ach du dickes Ei! Wo lang, Chef? Hier vorne bis ganzes Ende, dann links. Da kommen wir auch schon zur ersten Prüfungsaufgabe. Du könntest mal hier ein Hundegehege sauber machen. Wir haben hier die Jenny, die zeig ich dir das mal gerne, was du hier so machen darfst. Und wie das so geht. Hallo Jenny, Jenny, Jenny! Nicht nur spielen, ich hab dich ja gemietet, du sollst hier mal los. Ja, ich mal los auch. Das blaue Ding, was ist denn das? Das ist also eben ein Beißknochen aus Kunststoff. Ja, das kenn ich auch von der Venus als Beißknochen. 1.100 für den Beagle. Was ist denn, wenn ein Kunde ankommt und sagt, 500? Ja prima, kann er haben, nur nicht bei uns. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, an der polnischen Grenze krieg ich ihn aus der Box für einen Zwacken. Und noch eine Packung HB. Ja, man kauft bei mir einen kerngesunden Hund mit einer 14-tägigen Vollgarantie. Das heißt, wenn der binnen 14 Tage auch nur ein Tränen, das Auge oder ein Schnupfen hat, kommt man vorbei. Ich hab also drei festangestellte Tierärzte, die machen das Tier kostenlos für den Kunde gesund. Das ist natürlich eine Garantie, die sonst überhaupt gar kein Mensch gibt. Unglaublich! Ich darf jetzt hier rein zu den Kleinen? Ja. Hände gewaschen, desinfiziert, sauber. Einmal noch durch die Desinfektionsmatte mit deinen Tücheln. Krass. Ja, genau. Dann darfst du jetzt rein. Bitte, ohne dass die Hunde rauskommen. Das ist bei denen nicht ganz so einfach manchmal. Au, weg, weg, weg. Ah, eine... Hallo, meine Freunde, ja. Oh, ich liebe euch alle. Was soll ich denn überhaupt machen? Ey, HALT STOPP! Jetzt reicht das. Nein, bitte. Okay, was... Ich soll jetzt den Köttel wegmachen, ja? Timo, der ist wie du, der ist seine eigene Kacka. Alle wollen einmal nach draußen gehen. Nach draußen? Ja. Komm, Kinder! Ja! 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 Komm mal, hier! Oh! 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 So, ich bin fertig. Ja, dann darfst du jetzt die Decken da rein tun. Ein bisschen ordentlich verteilen. Und dann kannst du die Hunde... Ja, passt gut. Du, Norbert, der eine Hund hat gerade mich geleckt, da hatte ich meinen Mund offen. Ist das schlimm? Ja, ich würde nicht hoffen, dass das schlimm ist für den Hund, aber die Tierärztin ist gerade da. Ach so. Der kann ja den Hund mal untersuchen, aber ich hoffe, da ist alles genau. Okay. Also, Norbert, ich bin durch, aber ich muss sagen, der eine Hund ist schon recht hässlich da drin. Ja, das ist halt so. Jeder ist Lebewesen, das Individuum und die können ja nicht alle so sagen, wie wir beide. Das stimmt. Und wie der aussieht, ist der schon länger hier, wa? Timo, komm! Morgen! Morgen! Komm mal schnell, komm mal schnell! Guck mal da oben! Ein Faultier! Norbert, wie heißt das Faultier? Flash? Ne, das ist meine Frieda. Frieda! Die ist schon ein paar Jahre hier und eigentlich, die ist jetzt schon wach, eigentlich solltest du die wecken. Wir haben hier einen Hubsteiger, da sollst du einsteigen und fährst nach Frieda hoch und fütterst Frieda. Beißt Frieda? Sehen wir dann. Ach so. Ganz kurz, man sagt ja, wie das Herrchen, so das Tierchen. Frieda und du, ihr passt super! Auf jeden Fall! Hi! Hi Kollege! Hallo! Der hat also für Frieda schon Frühstück vorbereitet. Okay. Ich hatte heute früh am Flughafen Schießburger um vier. Ja genau. Die einen ernähren sich gesund und die anderen so wie du. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht in den Stein schmeißen. Auf jeden Fall! Steig mal ein. Also zwei Dicke passen da nicht rein. Das Ding trägt nur ein. Ja. Und da du ja mittlerweile schon das Gewicht hast, was die Stahlgrenze ist. Das stimmt, da kann ich nichts sagen. So. Da ist mein Moped. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Also ich glaube, das war schon total richtig, dass wir den zum Faultier getan haben. Der Film wird sicherlich etwas länger dauern. Aber ihr seht ja selbst, was der hier macht. Dauert immer, bis ich Sachen hochkriege, du. Ja, ich kann mir das vorstellen. Ja. Oh, ist die süß. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die Frida guckt so ein bisschen verpeilt. Ich nenne sie lieber Leon Machère. So, ganz einfach so. Die hat keinen Bock. Ich würde aber auch nichts von Fremden nehmen. Ja, zau, zack. Ich mag dein Faultier nicht. Frieda. Nee. Ich könnte ihn füttern, wenn du willst. Ja, vielleicht könnte er eine Weinfraube haben. Ich hatte gehört, da müsste eine Vogelspinne umgesetzt werden von einem Becken in ein anderes. Richtig, ja? Ja, von dem Aufbewahrungsbehälter im Terrarium. Ja. Ja, mach ich dir. Kein Problem. Knöllchen oder so kriegen wir hier nicht, oder? Knöllchen eigentlich weniger, aber geblitzt haben sie mich jetzt schon zweimal. Ich musste auch jetzt einen Monat abgeben. Naja. Ich bin bei sowas mega aufgeregt. Was muss ich denn? Kannst du ja mal suchen. Also ich hab letzte Tage... Letzte Tage hab ich... Der park bestimmt um die Ecke, damit er gleich einen kürzeren Fluchtweg hat. Dann rennt er um die Klob. Norbert, ganz kurz, wie oft kommen Leute an und sagen, eine Vogelspinne und eine Nerfgun, bitte? Ist die giftig? Ja, sieht man ja, ne? Nicht beißen lassen. Ist das auch ein Mädchen? Ja. Aber wir haben ja gerade erlebt, dass du mit Mädchen nicht zurechtkommst. So, nur nicht zurückzucken. Nein, ich bin ein harter Typ. Kann sein, dass die gleich ein bisschen Gas gibt. Aha. Aber was ist, wenn die Gas gibt? Ist die entspannt? Dann läuft die dir ins Gesicht. Ah, ich hab sie! Ah, ah! Dominik! Ganz ruhig mal gerade. Dominik! Falsche Richtung. Dominik! Guck mal, wie liegt die zu dir? Ah, ah, ah! Ich hab die ganz alleine auf. Super! Zack! Jetzt überleg mal, deinem Kunde rübergelaufen. Flatsch! 160 Euro weg! So, was machen wir jetzt? Ja, wir setzen uns mal wieder auf dem Moped und fahren zur nächsten Stunde. So, also als Praktikant ist ja nicht nur Scheiße wegmachen, Faultiere füttern, Spinnen umsetzen. Sondern wir leben auch so ein bisschen davon, von dem Geld, was wir von den Kunden kriegen. Ja. Und da hab ich mir gedacht, dann musst du natürlich auch meine Kasse, damit du die Kohle einnimmst. Mach ich dir gern. Wo ist bei einer Spinne der Scan-Code? Äh, unten drunter. Moin! Moin! So, ja? Toll auch so. Wo kann ich hier bei der Kasse meine YouTube-Videos gucken? Ja, zeigen Sie mir das mal, dass er das ordentlich macht. Wenn das nicht klappt, dann mal einen im Nacken, so wie sich das für einen Praktikant gehört. Wunderbar, da bin ich völlig bei Ihnen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. So, ich scanne eins. Ah, die Kasse ist ja noch gar nicht an. Ist das jetzt mit Gutschein? Nein. Das ist eine Preisemmer. Ah, okay. Ja. Darf es noch ein Labradoodle sein, oder? Heute nicht. Heute nicht, okay. Hallo. Oh, oh, oh. Sie haben ja süße Mäuse. Und Ratten. Und Ihren. Ah, ich hasse Ratten. Okay. Ich stelle die nicht so an. Jetzt ist jetzt natürlich ein Spaß. Sorry, das kann kurz dauern. Ich hoffe, Sie haben keine Termine mehr. Naja, die Dame, die hat da so einen Zettel. Darf ich fragen, was Sie für Tiere haben? Pytons. Pytons. Badagern. Dann noch ein Bund. Kinder? Die hat auch noch drei Stück. Für die sind sicher die Mahn, oder? Ich kann, Carsten. Ich bin gut. Kann, Herr Carsten. Ist ja gut. Haben Sie eine andere Aufgabe für ihn? Ja, hätte ich auch. Gut. Also schon wieder nichts gewonnen. Ich fand, ich war gut. So was kenne ich natürlich von der Glow. Da gibt es viele Schlangen. Die nennen wir einfach mal Tamtam Beauty. Ja, das Wasser muss mal wieder gewechselt werden. Da hat sie vorhin ein bisschen reingeköttelt. Und ja. Ja. Also dein Köttel brauchst du nicht mit der Hand rausnehmen? Oder wie macht ihr das? Geht das da drin? Das geht da drin. Ich würde da mit einem kleinen Eimerschen machen, ne? Hey, willst du nicht ins Schülerpraktikum machen? Nein. Okay. Mach die Schlange bitte weg. Hey. Mach die Schlange. Steffi. So, ich beeil mich. Wo schöpfe ich das Wasser dann hin? Kannst du da reinschritten? Schau mal. Timo, hoffentlich fällt die dich an. Genau. Ja, das Eimer. Wunderbar. Das wird schon sauber gemacht. Ah, bitte ran, bitte. Bitte, geh weg, bitte ran. Ich wollte dich gerade füttern. Ja, cool. Ich muss das mal sauber machen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Schlange gewonnen. Du bist die 10.000 Sekunden. Okay. Hey, ich hasse Ratten so doll. Aber okay, ich bin ein harter Typ. Du bist doch Nackleber, ne? Nee, auf der Schuld. Ja, krieg ich hin. Mit der Ratte in den Schlangenkäfen. Und dann? Und dann wickelt sich die Schlange um irgendwas, was du da siehst und beiß dann zu. Kann ich die Ratte nicht einfach reinschmeißen? Könnte man auch, aber da wäre ja total langweilig. Hasta la vista, Baby. So. Soll ich verwittern? Nein. Ach so, ihr habt mich verarscht? Nur ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Ratte gewonnen. Krass. Würde dich nicht machen. Ja, die ist auch Mutti, die hast ja auch nicht Aaron. Willst du mitnehmen? Ne, okay. Schau mal her. Das ist ein Rotfeuerfisch, ein großer. Ja. Ich bin mal von so einem Kleinen gestochen worden, der hat mich hier im Daumen gesprochen, als er über dem Becken rübergerutscht ist. Ich wollte ihn rausfangen, der ist ja rausgesprungen. Der hat mich da reingestochen. Und da bin ich an einem Tag oder einer Nacht dreimal gestorben. Ne, aber gestorben bist du ja nicht. Ja, man hat mich dreimal wiedergelebt. Also ich wäre dreimal tot gewesen, hätte mir keiner geholfen. Kann ich den Fisch auch an gehasste YouTube-Kollegen verschicken? Ja schon, aber der muss natürlich immer im Wasser bleiben. Andern stirbt der sofort und dann hilft das alle nicht. Wir fahren mal weiter und im Büro schreibe ich dir die Adresse von Dagi auf. Ja, aber vielleicht wäre es besser, um Skorpion dafür zu nehmen. Stimmt, Skorpion ist auch gut. Machen wir auch noch mal was Tolles, wie mit den Welpen irgendwie, mit irgendwelchen süßen Tieren. Ich will irgendwas Süßes knuddeln. Ja, du kannst mich knuddeln. Hier mal rein, damit die sich mal so ein bisschen, ne? Oh nein. Dass die sich mal strecken und recken. Die haben da hinten so eine gelbe, das ist kein Eiterflecken, sondern das ist der Giftgrüse in den Stöckl. Und da haben wir uns gedacht, wir gucken mal nach, ob die alle kerngesund sind und dann backen wir die mal ein. Sieht gut aus, sieht gut aus. Könntest du einen Gesundheitscheck im Paar denn vornehmen? Mit der Hand, ja du könntest die mit der Hand fassen, ich tue das lieber nicht. Also die haben hier hinten jetzt einen Giftstachel und wir nehmen die hier hinten, wo der Stachel ist. Aber bitte vorsichtig, bitte lieb. Okay. Und dann zählst du mal die Beine nach. Beine, zwei, vier, sechs, acht. Das ist halt richtig so? Ja. Und vorne die Schernen, die sind auch so gut. Ja, das sieht gut aus. Ich habe bis acht gezählt, da habe ich vielen Duisburgern was voraus, oder? Hopps. Bist du eigentlich nur mit Mama hier oder mit Mama und Papa? Mit Mama und Papa. Ah, schönen Tag noch. So, mein Chef, ich bin fertig, oder? Du bist wirklich fertig, ja. Kriege ich den Job, ja oder nein? Er war stets bemüht. Er war auch sehr mutig, muss ich dabei sagen. Eigentlich, obwohl er so viel daneben gesetzt hat, sollten wir ihm eine Chance geben. Ich würde sagen, du darfst einen Praktikantenjob hier machen. Geil. Also, und du suchst auch gerade richtige Mitarbeiter. Alle Infos bei dem Norbert auf dem Kanal, weil wir drehen da nochmal ein richtig cooles Video. Geht direkt rüber, schaut es euch an. Abonniert den jungen Herren. Unbedingt. Ja, unbedingt. Dann seht ihr mal einen ordentlichen YouTube-Kanal. Das ist ja auch wichtig. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und deswegen, Norbert abonnieren und fleißig kommentieren unter unserem Video, dass ihr von meinem Kanal kommt. In dem Sinne geht jetzt rüber. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Norbert winken. Und tschüss. Sehr gut. Eins. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Herr Troschke. Richtig Yoga Bonito. Sechzehn. Zwanzig. Hab ich ja gewonnen. Ich hab gewonnen. 2-0. Da kann ja jemand...